Wir haben in den letzten Jahren die sehr positive Erfahrung gemacht, dass das Scannyboard ohne Probleme läuft und wir wenig Support brauchen. Und wenn wir ihn brauchen, wir ihn sofort bekommen, weil wir genau wissen, Ausfallzeiten bei einer Tagung ist eine Katastrophe und die hatten wir letztendlich noch nie. Und wenn mal was gewesen ist, dann war die Hilfe stelltelefonisch oder persönlich vor Ort und das Gerät wird auch immer wieder upgedatet, modernisiert und es bewegt sich was. Das ist für uns ganz wichtig. Vielen Dank.